Hallo und recht herzlich willkommen zu einer FIFA 17 Web App Folge. Ich bin Sie Jan. Seit gestern ist die Web App zugänglich. Ich habe mich jetzt mal heute erst bereit erklärt, das Ganze zu öffnen. Ich könnte es ja theoretisch eigentlich auch schon in FIFA 17 selber machen. Ich habe das Spiel ja schon, kann es seit gestern 23 Uhr sogar schon spielen. Also seit Mittwoch 23 Uhr kann ich schon spielen. Aber hey, ich habe mir gedacht, einfach einen Blick in die Web App kann man mal machen, da man ja auch immer eine treue Boni und so dadurch bekommt. Also öffnen wir mal in der Web App hier ein paar Packs. Ich bin mal gespannt, wie viel Ultimate Team ich spielen werde. Alles klar. Ja gut. Machen wir das mal. Aktualisieren wir das Ganze mal. Mal schauen. Okay. Also immerhin ist es halt direkt geladen, das ist doch auch schon mal schön. So, diese sechs nur Spieler-Sets. Mal schauen, was wir bekommen. Und allgemein bin ich sehr gespannt, wie viel Ultimate Team ich dieses Jahr wieder spielen werde. Die letzten Jahre war es ja eigentlich immer nicht so viel. Was natürlich auch sehr viel an Kuppelbock liegt. Aber naja. So. Wir machen alle zum Verein. Ist jetzt nichts krasses dabei gewesen. Wir können insgesamt gleich mal aufs gesamte Team, was wir nach dem Set ziehen haben, also gemacht haben, was wir als Team insgesamt haben. Da können wir gleich mal drauf gucken. Aber bis jetzt alles nur ganz großer Bullshit. Hier einer von FC Middlesbrug. Bei der machen wir auch The Journey. Hier eine Granis-Belohnung. Ein Belohnungsset. Wuhu. Nice. Auf jeden Fall, ja. Mega krass. Mega krass. Also ich war nie so der mega Ultimate Team Fan. Und deswegen, ja. Ich bin sehr gespannt, ob es mich dieses Mal packen kann. Wir machen jetzt mal erstmal hier dieses Geschenkset Silber. Das machen wir jetzt mal auf. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man überhaupt gute Sachen bis jetzt ziehen kann. Keine Ahnung. Oder ob man nur Scheiße ziehen kann. Ich hab tatsächlich mal... Naja, okay. Das geht sogar noch. Das ist wahrscheinlich einer unserer besten Spieler. Und das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Wiggle, wiggle, wiggle. Nice. Alle zum Verein. Ja, dies, das. So. Da haben wir noch ein Set. Also ich weiß auch, wie ich bei der FIFA 15 Web App Company gezogen hab. Man kann ja jetzt immer täglich... Bekommt man weitere treue Boni. Wie lange das andauern wird, weiß ich nicht. Nur für euch als Information. Ihr könnt euch einloggen einfach an der Web App. Indem ihr das einfach am PC. Einfach googeln. Web App FIFA 17. Dann kommt ihr da einfach ganz leicht hin. Und ähm... Ja, diesen doppelten Spieler, den können wir abstoßen. Komm mal, 17 Münzen. Das bedeutet, wir haben jetzt 17 Münzen. Das ist auch schon mal richtig, richtig geil. Ähm... Wir haben ja noch gar kein Team. Wir müssen hier... Spieler. So. Okay, wir haben einen 80er RV. Hier Kiko Kassier. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ein paar spanische Spieler. Also wir haben ein paar spanische Spieler. In der spanischen Mannschaft könnte man theoretisch aufbauen. So wie ich das jetzt bis jetzt sehe. Ja, also spanisch. Ist das schon... Gar nicht so verkehrt. Ähm... Wo man sozusagen eine Grundstruktur hat. Hier zack, zack. Äh... Dann... Hier... Auch spanisch und so. Also gar nicht so schlecht. Also äh... Geht natürlich noch viel besser. Ich versuche mich daran zu erinnern, täglich da immer was zu ziehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm... Und... Ja. Heute Nachmittag, beziehungsweise Abend, kommen dann noch... Eine zweite Folge The Journey und eine zweite Folge Torwartspielerkarriere. Die anderen Projekte, die... Also... Vor allen Dingen die Koop-Trainerkarriere, die startet in ein paar Tagen erst. Hashtag die Mannschaft startet erst zum offiziellen Release, beziehungsweise ganz kurz nach dem offiziellen Release. Weil wir da mit dem Livestream beginnen, um eure ganzen Spieler und so zusammenzutragen. Bundesliga-Prognosen auch erst zum Release. Und... Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020